Herzlich Willkommen bei AstroTV mit eurer Ursula. Also, heute erwarte ich wieder einen Anrufer, der möchte wissen, wie seine Zukunft ausschauen. Und ich bitte euch unter 0180 5544 anzurufen. Ah, es klingelt. Guten Tag, mit wem bin ich verbunden? Ja, hallo, hier ist die Tante Bärbel. Hallo Tante Bärbel. Ich wollte wissen, wie die Chancen für mein Projekt stehen. Hm, was wäre das denn für ein Projekt? Es handelt sich um ein Jugendprojekt. Ein Jugendprojekt? Hm, schwer. Da müsste ich erst mal meine magische Zitrone befragen. Zitrone, Zitrone, komm her, erleuchte mich. Oh, sie erleuchtet und ich sehe, ich sehe Jugendliche vor einem Haus stehen. Sie warten auf eine große Konzert und Massen stürmen rein und... Jetzt hört sie auf. Moment, ich muss mal meinen Zitronensatz befragen. So, jetzt hört sie auf. Okay. Bärbel, bist du noch dran? Ja. Sehr gut. Ich werde jetzt befragen, meine Zitronensalz. Ich werde jetzt die Zitronensalz und die Zitronensalz und die Zitronensalz und die Zitronensalz. Ah, das ist ein Bad Ben. Ah, er hat sich geöffnet. Oh, Bärbel! Ich sehe ganz viele fließende Projekte mit der Stadtjugend Rinkel. Sie werden euch helfen bei eurem Projekt, unterstützen mit Kameras und Konzerthallen und Ausstattung für die Musik. Und wie soll ich sagen, sie werden euch sehr viel helfen. Wird das Wetter auch gut? Da muss ich mal den Stern fragen, genau. Stern, erleuchte mich und sage mir, was wolltest du noch mal wissen? Ob das Wetter gut wird. Das Wetter, genau. Ich sehe viel Sonne und 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 warm und eine frische Brise, genau so, das perfekt ist für eure Projekt. Und ein Hauch von Hoch. Oh, in diesem Frühjahr sehen viele Frauen auf der Straße so aus, als kämen sie gerade nächstes zum Schlafzimmer. Ah, bin ich jetzt... Hupsala. Äh, ja, und weiter, was möchtest du noch wissen, Bärbel? Werden die Jugendlichen das, das, das Konzert lieben? Hm, lieben, lieben. Wen könnte ich da noch fragen, oder was? Zitrone? Nein? Hm, Stern, du auch nicht mehr. Hm, meine Voodoo-Puppel. Genau. Ich werde jetzt meine Voodoo-Puppe befragen und sie wird mir helfen für Bärbel. Sie wird mir helfen für Bärbel. Oh, du schöne Puppe, ich werde dir jetzt ein bisschen wehmachen. Und so laut, wie die Puppe schreien wird, so toll wird das Konzert. Ah! Also hörst du, Bärbel? Nochmal? Ja! Schrei mal mit. Ah! Bärbel, wie du hörst, die Puppe ist überwältigt. Sie, sie freut sich, diese jubelnden Kinder und Jugendlichen. Ah! Ich sehe es schon kommen. Das wird ein grandioser Abend für dich und deine Freunde. Dank der Stadtjugendring hier kannst du dein Projekt verwirklichen. Du musst dich nur anmelden unter diesem Formular und bei Stadtjugendring abgeben. Vielen Dank. Jahresende 오in. Untertitelung des ZDF, 2020